So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Duell nach diesem bitteren, bitteren Unentschieden gegen Fenerbahce und Istanbul, wo wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Ja, geht's heute weiter mit Augsburg und danach Mainz. Ich glaube, danach kommt Real. Ja, wir haben einen Riesendruck in Madrid auf jeden Fall. Das, was wir natürlich jetzt... Warte mal kurz, ich hab da irgendwo eine Nachricht gekriegt. Ah, vielleicht. Ja, er war angeschlagen, sonst wäre das Ding vielleicht möglich gewesen. Gehen wir rein ins Match gegen den FCA. Es war auf jeden Fall ein Sieg drin, wenn ich ehrlich bin. Wenn der Keeper sich da ein paar Mal gut hält, ist das Ding drin. Er hat mir tatsächlich drei, vier Situationen abgeführt, wo ich mir denke, aber ich war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Egal, komm. Egal, weiter. Gehen wir ins Match. Ja, komm. Wir blicken heute vor allem auf Pierre-Emerick Aubameyang. Denn vier Tore aus den letzten drei Spielen zeigen, ja, da läuft es im Moment. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Heute melden wir uns aus einem verschneiten Stadion, liebe Zuschauer. Willkommen zu diesem Spiel. Willkommen zu echtem Winterfußball. Ich bin Wolf Fuss. Gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Genau. Spieltag mal 13. Spiel werden. Das wird fantastisch. Da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Sie geht also in Richtung Winterpause. Wir haben noch schwere Spiele in Madrid. Na gut, ihr habt denn, wenn wir unentschieden spielen. Und ihr habt, wenn wir uns jedenfalls unentschieden spielen, ist das Thema hier gegessen. So, weil ich zweitag gewinnen wir in Madrid. Haben wir die Möglichkeit, dass ich das mal real rausfliegt. Aber wie gesagt, mal schauen. Das Unentschieden war vielleicht zu wenig gegen Fehler. Wenn wir Pech haben, fliegen wir nämlich raus. Mit der, ja. Obwohl, ich bin ja gegen realen, ne? Das wenn wir verlieren, sind wir, glaube ich, egal wie die Partie ausgeht, weiter. Wir dürften eigentlich weiter sein. Wir müssten eigentlich jetzt, äh, zumindest mal schon in der Europa League safe dabei sein. Weil die müssten sich ja, müssen sich gar nicht auf die Tabelle achten. Egal wie das Ding ausgeht. Gucken wir mal nach dem Augsburgspiel. Hier müssen wir uns die Tabelle in der Champions League. Hier müssen wir uns die Tabelle in der Champions League. So, geht sofort los. Jetzt bitte nicht so frühen Rückstamm wie gegen... ...gegen die Eintracht. Und jetzt starten wir. Hier haben wir auch einen Schuss. Ha. Klar, jetzt haben wir natürlich, bevor dem ganz großen Ding gegen Real... Da entscheidet sie auf Foul. Es gibt Freistoß. Natürlich. Da trennt er ihn vom Ball. Pierre-Emerick Aubameyang. Ja, nichts passiert. Keine Gefahr. Was können wir heute von Aubameyang erwarten? Wie siehst du es, Bescheid? Er ist auf dem besten Weg, den alten Torrekord zu brechen, Wolf. Aktuell. Wir sind ja immer wieder. Ihr seid nicht aufzuhalten. Sie passen dem Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. So, gibt Geld für Boriba. Und deswegen hier der Pfiff. Schiedsrichterin zeigt Geld, richtig. Ich finde, sie will hier schon in dieser frühen Phase zeigen, dass ich die Teams zurücknehmen soll. Ja, er macht das frühe Führungstor. 1.0 Fca. 0. Das ist die frühe Führung für die Gäste hier. Und wieder links den. Und wie sehr gutes Timing in dieser Szene. Da trifft er die Kugel richtig gut. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gute Gräte. Sie haben den Ball. Ei, 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 ei. Elvis Rechpekay. Diaz. In den freien Raum. Riesenball. Raume. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spiel statt, aber das war natürlich nur hundertprozentig. Da geht er hin zum Ball. Gut gemacht. Bei diesem Wegschuss. Hallero, die Torschütze. So, was machen Sie draus? So, was machen Sie draus? Dass den Nächsten aussteigen. Da lässt er nichts zu. Aber der Dritte ist es dann doch nicht zu viel. Moriba. Komm nicht rein. In die Zweikämpfe. Ismael Dias. Da ist er alleine durch. Das war eine gute Gelegenheit. Und größter. Abgefangen. Sterne. Ne, Dorsch. Läuft. Mit. Und verhindert. Niklas Dorsch. Gibt die nächste Karte. Das kann man fast nicht durchgehen lassen. Also Hauptsburg kommt momentan gut mit ihrer Taktik hinnehmen. Die richtige Entscheidung in dieser Szene. Oh, Trolleo dachte, das ist mal meiner. Niklas Dorsch. Seferovic. Rieb. Moukoko am Ball. Der Zweikampf. Der da auf den Füßen steht. Und noch was. Gibt Ecke. Und die Chance. Ja, die haben es bekommen. Ihre Blöden für diese Taktik dahin. Und jetzt kommen Sie auch mit den Scheiß. Ich hasse diese kurze Ecke. Klasse durchgesetzt. Super Ding. Die Gastgeber sind knapp hinten kurz vor der Pause. Sterne tut es lang zu wenig für dieses Spiel. Sterne. Na. Es ist noch nicht das für eine Chance. Und dann ist der Peter Ball irgendwie abgeblockt. Und die Jahre eben noch verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungstag. Seferovic. Ja, gut gemacht. Erstmal rüber. Hartes Einsteigen. Geld rot. Der Schiedsrichter jetzt nicht sagt Geld rot. Dann nehme ich ihn jetzt runter. Da. Das ist jetzt das Bittere. Er wird jetzt wahrscheinlich bei der nächste Situation weg sein. Deswegen ist der Wechsel jetzt klar Pflicht. Ich weiß nicht. Momentan. Augsburg, wie gesagt, die nerven mich gerade so mit ihrer. Mit ihrer Faktik. Ich denke auch, da dürfen Sie sich nicht beschweren. Wenn die Schiedsrichterin da durchgreift. Heureingabe geht darüber an die langen Pfosten. So leicht dürfen Sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Da ist Platz für den Konter. Vielleicht nochmal mit diesem langen Ball Obermeyang. Ja, wer sucht noch nach Ihrer Formation. Ja, wie auch immer. In dieser Partie. Beides drin. 1. Wie sich das noch weiterkommt. Und wie so Glücksding. So reingenudelt irgendwie. Keine Ahnung. Wie auch immer. Rein damit. Das ist drin. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann machen Sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. So, Aufgabe auf jeden Fall erstmal den Ausgleich zu erzielen. Pause. Der Abpfiff. Und das war es mit Durchgang 1. Aber man merkt schon, Augsburg. Oh. Dortmund liegt 0-1 gegen Kieling. Auch nur durchaus. Alles sind bereit. Aber ja, alle sind bereit. Aber ja, aber wir sind bereit. Wir können uns erst mal meine eigene Aufgabe. Wie schon in der Champions League, wo ich mir versichert bin, dass wir zumindest in der Europa League stehen. aber das ist jetzt erst mal für dortmund der neue spielstand damit 1 zu 1 gespielt sind hier 46 ist es bei einer ermahnung bewenden ist nicht jeder mit einverstanden war aus meiner sicht wirklich gelbwürdig ist weil die aus augsburg ganz geduldig ja die spieler für eine aktion also der muss doch sehr kurz noch ein studio und josh sofa mokoko nein das war wichtig dass er da an den ball kommt man könnte die gäste liegen beim ballbesitz vorne aber zufrieden können sie trotzdem nicht sein sie machen zu wenig raus folge unentschieden was ist das ekelhaft was die augsburg will kann sich die kommen wir diesen kampf kampf kann kann klären aufkosten dieses einwuchs sie wechseln aus das ist eine ekelhafte zu spiel gegen diese drücke kraft zu spielen konnte für bayreuth rote tempo ja schon mal das könnte die führung werden sterne aus dem angriff wird also nichts jetzt kommt hier die spielte das ist natürlich das abseits mit ihren im signal die dunapark jetzt ein torerfolg wir gehen kurz rüber ins studio wir haben hier den zweiten treffer für borussia dortmund der neue spielstand das update kein geld aber ganz klar bei der nächsten aktion wird es dann soweit sein ja vorbei ist er lukas salario erhält aber noch ist die chance nicht vorbei am ende kommen sie damit also nicht durch jetzt können sie vielleicht kontakt jetzt die augsburger mit ihrem zu scheinen lukas salario seferowitsch da muss er hin und holt sich den ball jetzt vielleicht mal durch schilderung jetzt haben wir es doch meine frisse man ist das wichtig wir nochmal die wiederholung des tors wir sehen den konter und dann macht das stark und widerstehlich abwehr chancenlos obwohl sie dicht dran sind also spitze gemacht ist dass die entscheidung buschi sieht ganz danach aus wolf in wenigen minuten ist hier schluss und sie haben die führung ein angriff ist noch drin jetzt oder nie sie können den ausgleich schaffen schaffen sie noch den ausgleich sie bekommen noch eine ecke hauksburg macht aber weiter gnadenlos gerade weiter mit ihrer die sie mir die ecke kurz aus meyer vielleicht der ausgleich meyer wir schauen auf die uhr fünf minuten sind hier noch hand spiel frei jetzt dieses fall den fernschuss nimmt er sich aber ja war okay wenn man versucht wer hat mein ort einfach mal ausprobieren solche dinge so kommen jetzt mal auf die zehn doch zu groß die entfernung wollen wir mal probieren warum nicht so und jetzt bin ich gespannt was macht die schiedsrichterin so jetzt gibt es aber ein wechsel es werden noch mal zwei minuten draufgelegt aber mir kommt aber nicht aus der stelle damit ist das spiel wenn dieses ekelhafte spiel gegen hauksburg gewinnen wir mit sie sollen oder sagen wir mal der hauptgrund für diesen sieg das knappen sieg ist natürlich wieder einmal die offensive sie machen zwei tore zeigen warum sie das beste offensiv überhaupt sind das macht sie erfolgreich so faktor drei punkte sind drei punkte so haben wir in frankfurt gewonnen jetzt haben wir gegen augsburg gewonnen 1 0 dort und dreht der spiel gegen kiel mit 3 1 nächster gegner ist mainz 05 im dpf pokal was vorstagen glaube ich gegen real geht oder würde ich sagen gucken wir mal gerade auf den wochentabling mal ich gucke jetzt aber will aber noch mal ganz kurz auf die tabelle gucken die union ist doch dazwischen und dann geht es oder ja jetzt haben wir mainz pokal union dings äh union liga ich möchte nur ganz kurz ganz kurz auf die tabelle gucken was der wettbewerb aus was ich glaube aber dass wir weiter sind nämlich weil verlieren wir gegen real spielt finna marcia und napoli unentschieden ist sind wir zählen platz 3 in europa league gewinnt napoli hätten die acht wie ebenfalls acht könnte das wohl gar bedeuten dass wenn wir verlieren und napoli geschlägt fehner badsche warte mal wenn wir unentschieden spielen ja dann verlieren also wir sind nicht weiter weil die nehmen sich die punkte weg da unten fehner und napoli nehmen sich die punkte weg einer von beiden wird auf jeden fall minimum auf sechs punkte kommen damit sind wir sicher schon mal zumindest was das betrifft in der europa league würde ich sagen ich glaube nicht dass außen war nicht außen war nicht wir sind wesentlich 12 in europa league wie gesagt völlig spiel die beiden unentschieden ist eigentlich fast egal aber wir dürfen nicht hoch verlieren dann werden wir tatsächlich weiter gewinnen wir aber gegen real und napoli und fehlabart schlägt napoli ist real raus na gut will immer sein wir gehen erstmal weiter mit mainz im df pokal und das sehen wir uns in der nächsten folge an bis vor wir über real überhaupt nachdenken können